Fisk, wir wissen doch beide tief in unserem Herzen, dass Kasim unschuldig ist. Du warst doch im Gericht. Das war ein glasklarer Fall. Wir müssen weitersuchen. Kasim verdient noch eine Chance. Die Lampengeist Wache verfolgt jede Spur. Für uns zählen Fakten und Indizien nur. Vielleicht aber sehen wir die Wahrheit nicht ganz. Drum geben Sie doch Kasim noch mal eine Chance. Manch Lampengeist machte das Leben mir schwer. Kasim ist so einer. Eingesperrt gehört er. Wir wissen doch beide. Auf ihn kann man bauen. Drum geben Sie doch Kasim noch mal ihr Vertrauen. Mein Herz möchte dir glauben. Mein Verstand sagt, er ist schuld. Und im Umgang mit Schurken hab ich nicht ewig Geduld. Ich will gern an Sie glauben. Und ich glaube auch an Kasim. Schenken Sie Ihrem Freund Vertrauen. Sie beide sind ein Dream Team. Ich verstehe, was du mir sagen willst, Prinzessin. Aber wie sollen wir den Fall jetzt noch mal von vorne aufrollen? So wie immer. Mit Stil. So wie immer. Vielleicht seh ich ihn mit zu viel Distanz. Vielleicht verdient dieser Junge noch eine Chance. Sie halten im Job und beim Tanz über los. Das machen sie toll. Ich gebe ihm noch eine Chance. Wer verdient diese Chance? Er hat noch eine Chance.